Da! Wir sind da! Endlich! Meine Erlösung ist nahe. Dann zögere nicht, entledige dich des Rings. Des verfluchten Rings? Wie oft denn noch? Hast du überhaupt zugehört? Mehr als ich gewollt hätte. Ja, des verfluchten Rings. Also los, tu es! Ja, ich werde mich endlich von dieser Qual befreien, dieser Bürde. Kann ich gut nachfühlen. In Forz, du Verfluchter! Höchst bedauerlich.